Wie Ampelpolitiker selbst ihre eigene Regierung sehen, hat unlängst der Grünen-Chef Omid Nouripour mal zu Protokoll gegeben und da können wir mal reinschauen. Schaffen wir aber nicht, weil der Streit alles überlagert und das wird sich auch nicht ändern. Zumindest ist mein Glaube nicht mehr da, dass das sich noch ändern wird, weil ich auch erlebe, dass es eine befremdliche Lust gibt an diesem Streit, der aber zum Scheitern führt. Und deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel. Ja, das klingt schon fast depressiv und es wird sich auch nichts mehr ändern und man fragt sich Übergangskoalition von wo nach wo eigentlich und wie lange sollen wir eigentlich noch im Übergang leben? Buschmann, der Justizminister, sagt, wir sind keine Selbsthilfegruppe, wir sind eine Regierung. Es gibt viele andere Zitate. Am Ende muss man sagen, ist diese Koalition gescheitert. Und es ist eigentlich nur das, dass sie Angst haben vor dem Wähler, dass sie jetzt nicht das Mandat zurückgeben. Und ich finde eben auch in dieser schwierigen Zeit sind wir bereit, Entscheidungen mitzutragen, die gut für Deutschland sind. Wir wollen dieses Thema Migration klären. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigt man am besten darin, dass man beweist, dass diese Institutionen und diese Prinzipien auch erfolgreich sind. Und da muss man manchmal auch ein bisschen die eigene Parteiprogrammatik nach hinten stellen. Wenn man erkennbar ein Land hat, ein Volk hat, was jetzt auf mehr Begrenzung setzt, muss man das tun. Wenn wir ein Land sind, was diese Anschläge gerade erlebt, muss man mehr auf Sicherheit setzen, muss den Sicherheitsorganen auch mehr Möglichkeit geben. Wenn wir sehen, dass Deutschland wirtschaftlich jetzt in der Rezession ist, kann man doch nicht neue Bürokratie und neue Abgaben und neue Dokumentationspflichten machen, sondern man muss doch jetzt Dinge mal zurücknehmen. Kann man das Lieferkettengesetz nicht mal für fünf Jahre aussetzen? Kann man beim Arbeitszeitgesetz nicht einfach mal das machen, was Europa als Mindestmaß vorschreibt und gut ist? Kann man bei der Energiepolitik jetzt einen Weg einschlagen, der nicht in Richtung Industriestrompreis von 16 Cent im Vergleich zu Amerika von vier setzt, sondern wirklich uns mal zurückführt zu niedrigen Strompreisen? Sie haben es mehrfach jetzt erwähnt, die Union würde die Hand reichen. Friedrich Merz ist auch beim Gespräch mit dem Bundeskanzler gewesen. Warum eigentlich die Hand reichen? Der Kanzler hat eine eigene Regierungsmehrheit, er kann gestalten, er braucht die Union nicht. Und wenn er was hat, kann er sich melden. Warum erweckt die Union den Anschein, als wolle oder müsse sie der Koalition helfen? Ich habe Opposition eigentlich immer so verstanden, dass man maximal attackiert. Das ist die große Sorge von Bürgermeistern und Landräten und ich würde mal sagen von allen 16 Ministerpräsidenten, dass wenn das so weitergeht, das Vertrauen in die Institutionen, in die Demokratie immer mehr erodiert. Und schauen Sie die Umfragen an, in wenigen Tagen sind die Wahlen, man wird die Wahlergebnisse sehen, wie groß mittlerweile der Anteil geworden ist für Menschen, die nicht mehr an Lösungen glauben. Diesen Leuten müssen wir doch jetzt beweisen, dass wir in der Lage sind, das zu klären. Und das muss raus aus dieser erratischen Politik, rein in ein vernünftiges Kommunikationsniveau, in einen unverstellten Blick auf die wirkliche Situation in diesem Land, Prioritäten setzen. Muss doch möglich sein. Sie reichen aber einer Regierung die Hand, die ausweislich des Bundeswirtschaftsministers zum Teil inkompetent ist, zum Teil auch nicht willens ist, wirtschaftliche Realitäten anzuerkennen und, sagen wir mal, relativ stur einen Pfad zur Klimaneutralität durchzieht, der zur Deindustrialisierung Deutschlands führt. Sie haben eine SPD in der Bundesregierung, die vielmehr, habe ich den Eindruck, sich darum kümmert, dass irgendwie gegendert wird oder irgendwelche gesellschaftspolitischen Geschichten durchgezogen werden, als dass wirklich innere Sicherheit und Wirtschaft nach vorne getrieben werden. Das heißt, Sie sind dann mit in der Verantwortung. Ja gut, das Prinzip für eine Partei, die jetzt über so viele Jahrzehnte in diesen vergangenen 70 Jahren Verantwortung getragen hat für Deutschland, der ist in der inneren Genetik drin, alles zu tun, was diesem Land nutzt. Und Sie haben recht, derzeit ist es nicht möglich. Auf der anderen Seite ist es so, der Weg zurück ins Kanzleramt, in die Regierungsverantwortung wird nur funktionieren, wenn man seriös ist, wenn man verantwortungsbewusst ist und wenn man mit klugen Überlegungen und Vorschlägen die Menschen überzeugt. Und deswegen schlagen wir die Dinge auch sehr im Konkreten vor, sodass auch jedem klar ist, was sind jetzt unsere unmittelbaren Ideen und was ist das, was wir nach einer Regierungsübernahme auch gemeinsam machen würden. Sie müssen aber dann für sich und für die Öffentlichkeit erklären, warum so viele Menschen lieber mit dem Wahlzettel der AfD die Ampel bestrafen wollen und nicht mit dem Wahlkreuz bei der Union. Ja, das ist auch der Grund, warum alle 16 Ministerpräsidenten mitwirken würden, auch wenn das manchmal vielleicht unangenehme Entscheidungen sind, weil wir einen Teil der Leute wirklich verloren haben. Und sie beschreiben das absolut richtig. Die werden erst dann wieder zurückkommen zu Parteien, die auch in den vergangenen Jahrzehnten vieles richtig und viele wichtige Entscheidungen getroffen haben, weg von diesen einfachen populistischen Antworten, wenn sie die Erfolge sehen, wenn sie die Ergebnisse sehen. Demokratie, sage ich nochmal, verteidigt man dadurch, indem man beweist, dass Rechtsstaat, dass unsere Institutionen in der Lage sind, die Probleme zu lösen. Frau Göring-Eckardt hat jetzt dieser Tage erst wieder ein Verbot der AfD ins Spiel gebracht, was insofern etwas kurios klingt, als dass die Grünen in Thüringen beispielsweise bei drei Prozent sind und eine Partei die AfD mit 30 Prozent verbieten wollen. Wie glauben Sie, kommt das beim Wähler an? Ihr Parteifreund Marco Wanderwitz hat ja das Parteiverbot der AfD auch besonders liebevoll immer betrieben. Es ist absolut hilflos und ich habe in diesem Wahlkampf nicht über andere Parteien gesprochen, sondern über das, was wir vorhaben, über unsere Vorschläge, über die Notwendigkeit, eine Partei wie die Sächsische Union zu wählen, die über diese 34 Jahre dieses Land gestaltet hat und auch in schwierigen Zeiten die Gesellschaft zusammengehalten hat, die auch Fehler sieht, eingesteht und korrigiert. Das ist das Wichtigste und nicht über andere reden, sondern aus Sicht für die Grünen müsste es doch so sein, dass sie sagen, sie sind gestartet und wollten das Thema Ökonomie und Ökologie zusammen versöhnen. Sie sind krachend gescheitert. Die sollen vor ihrer eigenen Haustür kehren. Wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, so spricht man ihn korrekt aus, damit umgeht, dass er für die Performance der Ampel in Berlin abgestraft wird, das hat er mir im Interview bei Schulerfragen, was ist, erklärt. Sehr spannendes Gespräch, sehr aktuell. Am Wochenende wird gewählt und wir werden sehen, was dann dabei rauskommt und ob er dann immer noch optimistisch ist. Einfach mal reinschauen, www.news.de, N-I-U-S, es lohnt sich wirklich.